Außer es sind drei PCler und Konsolenspieler, die zusammenspielen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und ich habe ein Sacrifice, okay? Dann ist recht nicht. Mal sehen, mal sehen. Was erwarte ich? Sieben Paletten, obviously. Und mindestens zwei Kills. Alles drüber ist gut. Alles drunter wäre... Verbesserungswürdig, Fragezeichen. Ich denke, das ist ein guter Killer für die Map, weil... Na ja... Zombies. Du kannst Map Pressure aufbauen, ohne selbst da zu sein. Siehe hier. Oh! 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 Vaccinated jetzt schon? Okay. Sorry, das war kinder Obvious. Okay. Weiß ich genau, was meine ich. Okay. 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 Bös, 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 bös. Das ist jetzt doof. Okay. 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 Was? Oh, da ist jemand. Der dritte war gesehen schon. Ich muss ja was nicht am rausgehen. Ah, da ist er. Oh, we're talking. Oh, we're talking. Oh, we're talking. Oh, yeah. Oh, we're talking. Was für eine Option. Das dude ist fucking annoying. I only got two hooks. Wow. Ah, oh. Ah, es wird zwei Kills, ich weiß. Hi! Just die already, okay? Okay. Don't tell me you can get off the hook. Don't you dare! Yeah, no. I'm so stupid! If she would have got Decisive, I would be losing it right now. No, Decisive and the get off the hook are two exhaustion parts. She can't use two. God. Oh. Completely forgot about that one actually. I hit the first, the, the, the last rotation quite early but then I was like basically losing it because I was chasing Michaela for like hours. But I guess it's okay. But I guess it's okay.